Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Hilfe für den Verwundeten anzunehmen bei Fiule mit Gegengift. Das ist dieses kleine blaue Fläschchen hier am Boden in Nazmir an dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an. Darf nun Vahe Satao anklicken und dann dieses Quest Item benutzen. Sollte es bei euch nicht an der Quest angeheftet sein, schaut ins Invent ab, könnt ihr es auch von da aus benutzen. 1 von 1, bereit zur Abgabe. Der muss, muss, der muss muss. Ich wollte sagen, der Mob muss erst nachkommen. Man könnte auch einfach mit ihm gehen, aber egal. Wie ihr gesehen habt, Vorauslaufen geht auch, bringt aber wenig. So, Quest ist abzugeben bei Vahe Satao in Nazmir an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao! Ciao!